Was ist das Gute an dem Gesetz? Wie ist die Anforderung an das Personal und an die Einrichtung selber? Das Gesetz nennt dort zwei Begriffe, es muss geeignet und zumutbar sein. Es soll also eine frühkindliche Förderung gewährleistet sein, so entsprechend müssen die Einrichtung und das Personal ausgestattet und eingerichtet sein. Anderer Gesichtspunkt, zumutbar. Grundsätzlich haben die Eltern zwar ein Wahlrecht, sie können also sagen, ich möchte diesen oder jenen Platz haben, aber da können die Kommunen sich zurückziehen und sagen, nein, ich habe einen anderen zumutbaren Platz für dich, und da fängt man natürlich an, danach zu denken. Das ist im ländlichen Bereich ganz anders als im städtischen Bereich. Dort wird es vielleicht zumutbar sein, eine halbe Stunde Autofahrt zurückzulegen, im städtischen Bereich vielleicht nur mit Bus und Bahn oder zu Fuß. Es jedenfalls, ein Kriterium wird so in etwa eine halbe Stunde sein, Autofahrt länger und weiter darf der Weg nicht sein. Der familiäre Zusammenhalt soll also noch da sein, also die Tante soll besuchen kommen und so weiter. Das sind Kriterien, die da berücksichtigt werden müssen. Es kann also nicht sein, dass dann am Gemeinderand oder eine Stadtrand, dann wird da ein Haus hochgezogen und da sollen jetzt alle Kinder hin. So wird es nicht laufen. Also das Schöne an dem Anspruch, den wir hier zu prüfen haben, ist, dass die Voraussetzungen relativ leicht sind. Das Kind muss ein Jahr alt sein. Weitere Voraussetzungen für die Zuteilung eines Betreuungsplatzes gibt es nicht. Beispielsweise ist ein Elternteil in einer Erwerbstätigkeit oder sind beide Eltern im Beruf. Das ist für diesen Anspruch gleichgültig. Wichtig ist allein, Kind ist ein Jahr. Eine weitere spannende Frage ist auch, ob es nur eine Halbtags- oder Ganztagsbetreuung gibt. Das Gesetz schweigt hierzu leider. Und wir müssen auf Erfahrungswerte zurückgreifen, vielleicht im Kindergarten oder bei der Zuteilung der Kindergartenplätze. Da haben wir auch nur einen Anspruch auf eine Halbtagsbetreuung. Gleichwohl gilt auch hier zunächst einmal das Wahlrecht der Eltern. Die Eltern haben also nicht nur ein Wahlrecht, wo bei welcher Kindertagesstätte die Betreuung durchgeführt werden kann, sondern auch in welchem Umfang. Das heißt grundsätzlich beantragen, ganztags, ja, kann man. Aber die Gemeinden und Städte werden sich wahrscheinlich darauf zurückziehen können, nein, wir müssen nur halbtags anbieten. Was da letztendlich bei rauskommt, wird die Zeit zeigen. Da wird die Rechtsprechung dann das jährige tun. Das heißt grundsätzlich bei uns, wenn wir uns in der Zeit zeigen.